HTH Wildcard. Heute mit Meinungsbloggerin Alicia Jo. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim Sensationsformat HTH Wildcard. Heute mit einem richtigen Gast, einem Stargast. Ne, ich will nicht die vorherigen Gäste diskreditieren, aber ich war sehr überrascht und habe mich gefreut und bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, dass sie zugesagt hat. Wirklich? Ja, voll. Alicia Jo. Man sagt Alicia? Ja, ich sage eigentlich Alicia. Ich glaube, es kommt aus dem Spanischen, aber ist eigentlich auch egal. Du bist eine sehr erfolgreiche YouTuberin, Influencerin, frühere Influencerin, Meinungsbloggerin. Früher hast du so Schmink-Tutorials gemacht und Trash-TV-Formate besprochen. Und mittlerweile machst du sehr interessante, wie ich finde, wahnsinnig gut recherchierte, ausgewogene, vor allem auch, Meinungsstücke. Vor allem, was die Recherche anbelangt, bin ich wahnsinnig beeindruckt. Also, dass du wirklich dann, wenn du Jan Böbermann kritisierst, irgendeinen Schnipsel raussuchst von vor fünf Jahren, wo er im Podcast mal irgendwas gesagt hat. Machst du das alles selber? Tatsächlich ja. Also, wie soll man es beschreiben? Natürlich bin ich erstmal eine Einzelperson und ich suche mir das alles selbst zusammen. Ich sage aber auch immer wieder, dass ich natürlich für meine Arbeit auch gerne auf andere Arbeiten zurückgreife, im Sinne von, ich bin eigentlich ganz froh, dass es zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien und so weiter gibt, die schon über Dinge berichten, weil so investigativ kann ich natürlich nicht immer sein. Aber grundsätzlich, was so in meinen Videos vorkommt, ist alles dann durch mich zusammengesammelt und zusammen recherchiert. Das schon. Weil das ist natürlich der absolute Traum, dass man eine Redaktion hat, wo man dann einfach so in die Runde werfen kann. Hey, zeig mir mal ein Video, was belegt, dass Kai Pflaume irgendwie rote Hosen nicht mag oder so. Und dann muss halt so ein Ameisenhaufen auf einmal anfangen rumzukramen. Ich habe früher auch bei der Heute-Show zum Teil tagelang Bundestagsdebatten auf doppelter Geschwindigkeit geschaut, um dann irgendwelche Schnipsel rauszufinden. Mir macht das auf doppelter Geschwindigkeit schauen oder hören nichts aus, solange es für Recherchezwecke ist. Also, ich würde mir jetzt nicht irgendwie Friends oder Mad Max oder so auf doppelter Geschwindigkeit reinpfeifen. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin mittlerweile auch schon so, ich finde, es ist ja ganz schlimm bei YouTube generell geworden, dadurch, dass man die Möglichkeit hat. Ich gucke echt auch viel, was ich auf YouTube privat gucke, schon so auf 1,5 und so Geschwindigkeit. Bei Filmen schaffe ich es auch noch, ruhig zu bleiben. Aber ja, ich beobachte das auch mit Angst, wie ich da mittlerweile im Konsum bin. Also, dass man das überhaupt schafft. Ich glaube, so vor 20 Jahren hättest du da jemandem so ein Video auf doppelter Geschwindigkeit gezeigt, hätten die Leute nach fünf Minuten gesagt, lass mich in Ruhe, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich glaube, wir sind schon wieder so weit weiterentwickelt als Menschen, dass wir das mittlerweile schon so gut verkraften können. Ob es gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Ich habe auch das Gefühl, die Leute reden mittlerweile extra langsam, weil sie wissen, die Leute konsumieren das eh auf doppelter Geschwindigkeit. Also, ich habe dein Video über Jan Böhmermann auf doppelter Geschwindigkeit gesehen und ich dachte mir, das ist fast ein bisschen langsam. Ist das schon doppelte Geschwindigkeit? Ich gucke mich auch manchmal selber an und denke mir so, boah, sprich ich echt so langsam, weil ich mich auch selbst voll oft kontrollierend in doppelter Geschwindigkeit gucke. Naja. Du wolltest ja in den Podcast hier oder hast zugesagt zur Teilnahme an dem Podcast, mehr oder weniger so unter der Bedingung, dass wir über Kinder im Netz reden, oder? Ja, also, das war so ein bisschen mein Vorschlag. Wir müssen, wir müssen nicht, wir können auch gerne über alles andere reden. Aber ich finde immer, das ist so eine super wichtige Message, die ich habe, so eine meiner Kern-Messages und ich bin immer sehr froh, wenn ich die verbreiten kann. Die Kern-Message wäre? Ja, Kinder im Netz vielleicht mal überdenken. Besonders, wenn eben so Sachen wie Gesicht, Alter, Name, Wohnort und so weiter zu sehen sind. Und aus tausend Gründen, als ich könnte jetzt ganz weit ausführen. Wenn du konkrete Fragen hast, ist es vielleicht einfacher. Wie stehst du zum Social-Media-Auftritt unserer Kinder? Ich habe es mir ja tatsächlich vorher extra angeguckt. Ich finde es gut. Okay. Ja, also ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, ihr lasst bewusst das Gesicht raus. Genau. Ihr nennt auch keinen Namen. Genau. Und auch ansonsten jetzt nicht viel irgendwie, ihr erzählt nicht, ja, und dann waren wir beim Kinderarzt und dann ist das rausgekommen und das. Also es ist eher so, ich finde, das einzige Argument, was ich zählen lasse so in dieser ganzen Debatte ist, wir dürfen Kinder auch nicht komplett unsichtbar machen auf Social Media, weil Kinder existieren nun mal und Social Media ist ein so großer Teil von unserem Leben. Und da Kinder null zu integrieren und gar keine Tipps zu geben, wäre auch irgendwie falsch. Mensch. Und dementsprechend finde ich, ihr findet eigentlich einen ganz guten Mittelweg, eben so ein bisschen was zu zeigen, ein bisschen auch menschlich diesbezüglich zu sein, aber eben nicht auf Kosten der Kinder. Nicht, dass die Kinder später sagen, ey, was ist denn da eigentlich passiert? Warum war mit drei Jahren schon mein Gesicht und mein voller Name im Internet zu sehen? Ja, ich fände es auch komisch, weil ich hatte die Befürchtung, dass ich jetzt so einen spannenden Gast wie dich im Podcast habe und dann dazu fast schon gedrängt werde, Momfluencer und Leute, die Sharenting betreiben, zu verteidigen. Weil ich das natürlich eigentlich auch total schrecklich finde. Da bin ich jetzt beruhigt, weil ich glaube, wenn wir jetzt so klassisch pro contra machen würden, wäre ich jetzt da wahrscheinlich, man muss sein Kind so oft wie möglich filmen und dabei muss es Produkte in die Kamera halten und so. Und das sehe ich natürlich überhaupt nicht so. In unserem Fall ist es auch so, dass jetzt der Content mit Kindern nicht erfolgreicher ist als ohne. Ja, das ist auch echt tatsächlich eine große Sache, die ich auch immer wieder betone. Leute, schaut doch lieber, ob ihr selbst mit irgendwas erfolgreich sein könnt und dann kann man vielleicht Kinder nochmal als einen Bonus in dem Sinn integrieren, als dass man, wenn man es unbedingt möchte, eben vielleicht ein bisschen Sharenting betreibt oder ein bisschen aufklärt. Aber das geht halt auch immer ohne Kinder. Also es gibt ja auch tolle Momfluencer, die irgendwie, wenn sie bestimmte Situationen mit ihrem Kind erklären wollen und sagen wollen, wie sie in dem Moment gehandelt haben, wenn das Kind sich wütend auf den Boden geworfen hat im Einkaufszentrum, die dann das entweder selbst nachspielen oder nach erzählen. Also es braucht gar nicht immer unbedingt das Kind selbst, was dann da als Protagonist mit vor der Kamera steht. Ja, und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, das hast du ja auch gerade gesagt, ist so dieses Leben mit Kind irgendwie zeigen. Also zum Beispiel, ich war vor anderthalb Jahren auf der Demo in Lützerath mit unserer Tochter, die war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und ich wollte da eigentlich auch so einen Vlog drüber machen und dann war sie halt irgendwie dabei und dann habe ich einfach ihr die GoPro gegeben. Und das finde ich immer eine ganz schöne Art, so dieses Point of View, Baby Point of View zu machen, weil dann sieht man das Kind nicht, aber das Kind wird trotzdem integriert. Und natürlich ist es so, wenn ich eine Kamera habe, will sie auch eine Kamera. Sie will immer einfach alles machen, was ich mache. Die war auch schon in dem Studio hier, die wusste mit eins schon, was eine Festplatte ist und so weiter, was ein Schuhmikrofon ist und so, das weiß die alles. Und da haben ganz viele kommentiert, das zeigt, dass man auch mit Kind zu einer Demo gehen kann, dass da nicht Steine geschmissen werden oder Leute sich gegenseitig auf die Fresse hauen oder so, sondern dass halt ein Kind nicht eine Ausrede sein muss für ich bleibe zu Hause. Natürlich sehe ich das kritisch bei, oder was heißt natürlich, aber bei Festivals finde ich manchmal so ein bisschen, wenn die Kinder, wenn man die da mit so Kopfhörern sieht, wie wir jetzt gerade einen haben, denke ich manchmal so, ja, also vielleicht solltest du jetzt nicht jeden Scheiß mit Kind machen oder also auch Langstreckenflüge mit Kind oder was weiß ich. Es gibt so ein paar Sachen, wo sich mittens ins Restaurant setzen mit irgendwie einem zwei Monate alten Kind. Das ist so, ja, muss das sein? Keine Ahnung. Ich finde es auch ganz schön, dass ein Kind dazu zwingt, mal zu pausieren mit dem Leben, mal einfach so Dinge geschehen zu lassen oder zu sagen, ich bin bei ganz vielen jetzt raus, aber ich glaube, wir alle sind oder waren genervt von den Freunden, die dann nicht mit zur Disco gekommen sind, weil sie in einer Beziehung waren, weil sie einfach gesagt haben, ich brauche das nicht, so jetzt. Ja, man muss halt dieses Mittelmaß finden, total. Und ja, ich habe lustigerweise auch das Video mir angeguckt von Eliezerath und ich habe den Podcast gehört, den du mit dir gemacht hast. Das war ja so ein kurzer Ausschnitt und da fand ich, hat man genau das gemerkt, was ich mich ganz oft bei Familienbloggern kritisiere, hast du nicht gemacht. Im Sinne von, du hast sie ja mal so ein bisschen sprechen lassen, weil sie das, glaube ich, auch wollte und dann nach irgendwie fünf, sechs Minuten hat sie gesagt, so keine Lust mehr und dann war es auch zu Ende. Und das ist halt dieses, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was eigentlich dahinter steht, wenn Familienblogger so richtig mit ihren Kindern filmen, mit ihren Kindern Unboxings machen und so. Also das ist so viel Arbeit teilweise auch und auch anstrengend für die Kinder und das wird dann auch manchmal so vergessen. Also ich rede auch viel über Kinderarbeit in dem Zusammenhang, weil es das auch teilweise ist. Also wenn wir zum Beispiel an Filmsets gucken, da ist es so, du musst 20.000 irgendwie Bestätigung von Jugendamt und Arzt haben und die Eltern müssen immer anwesend sein und die Kinder dürfen nicht mehr als so und so viele Stunden am Tag drehen und es muss Drehpausen geben und sie müssen zu Hause in Ruhe gelassen werden können und dann wieder einen Tag irgendwie recovern können von dem Dreh und das eben ist bei Familienbloggern oft nicht gegeben. Deshalb, ja, wir filmen dich heute im Kinderzimmer und jetzt zeig doch mal, was du heute für ein tolles neues Kleid hast und jetzt ist die Mama unterwegs und jetzt musst du natürlich auch wieder schön in die Kamera gucken und zeigen, was hier abgeht, weil die Fans da draußen müssen das sehen. Und das ist eben das, was ich so ein bisschen kritisiere und da muss man halt die Mischung finden. Bei unserem Kind, also vor allem, ich meine, unsere zweite Tochter, die ist jetzt, ich weiß nicht, sechs Wochen alt oder so, aber jetzt habe ich das Alter gesagt, was du auch schon kritisiert hast. Kommt drauf an, das ist ja immerhin nicht genau das Geburtsdatum. Aber es ist wichtig für die Geschichte. Bei der älteren, genau, Geburtsdatum haben wir übrigens auch nicht preisgegeben von beiden Kindern. Also wir machen dann immer so irgendwie einen Post und dann posten wir das halt so ein paar Wochen davor oder danach, je nachdem. Und bei der älteren ist es so, die hat so einen wahnsinnig starken Willen, die würde man gar nicht dazu kriegen, irgendwas kriegen. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo ich zum Beispiel in die Familien-WhatsApp-Gruppe ein Foto von dir poste und dann sage ich, sag mal Hallo Mama oder so. Wenn die da keinen Bock drauf hat, dann macht ihr das nicht. Und dann kann ich die da auch nicht dazu zwingen. Und genau das, was sie an Ausstrahlung und Esprit hat, wenn sie Bock hat, ist dann weg. Also sie ist wie so eine kleine Sonne oder so ein kleiner Scheinwerfer. Und wenn sie Lust hat, Leute zu beeindrucken und zu begeistern und zum Lachen zu bringen, dann macht ihr das mit einer Leichtigkeit, die wirklich ihresgleichen sucht. Aber wenn die keinen Bock hat, dann ist das unmöglich. Also ich könnte dann die zehn Stunden filmen und da würde nicht einmal was bei rumkommen, was irgendwie brauchbar wäre. Ich denke, das wird aber dann auch viel damit zu tun haben, wie ihr in den ersten Monaten und Jahren schon immer mit dem Thema umgegangen seid. Weil was man, glaube ich, auch verstehen muss, ist, wie die psychologische Dynamik ist bei diesen Familienbloggern, die das ihr Leben lang immer und permanent machen. Also wenn du das schon gewöhnt bist von Kind an, dass Mama immer die Kamera dabei hat und Mama vielleicht auch, oder Papa ist austauschbar in dem Fall, glücklicher ist, wenn was gut gelaufen ist. Ich glaube, da entwickelt sich so eine unterbewusste Dynamik. Wenn ich jetzt Nein sage, dann ist Mama wieder sauer oder nicht mal sauer, sondern vielleicht auch nur subtil blöder zu mir. Und dann, ja, es gibt in den USA so tatsächlich so Blogger, Kinder, die jetzt alt genug sind, um genau das zu verbalisieren. Es entwickelt sich halt so eine sehr, sehr ungesunde Dynamik in der Familie, die eigentlich da nicht hingehört. Von Arbeitgeber und Arbeitnehmer so gefühlt. Die Eltern sind der Chef und die Eltern sind zufriedenzustellen. Und oft zerbricht das dann im Teenager-Alter und kracht richtig zusammen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, also man sagt ja so, bei Kinderschauspielerinnen oder bei generell Leuten, wie auch, keine Ahnung, Michael Jackson oder so oder Justin Timberlake, die schon sehr früh sehr erfolgreich waren, dass deren Entwicklung als Mensch stehen bleibt, zu dem Zeitpunkt, wo sie Erfolg hatten. Also, dass quasi jemand, der mit fünf Jahren ein Superstar war, ist sein ganzes Leben lang fünf. Oder mit 17 ein Superstar ist sein ganzes Leben lang. Ausgedrückt, weil es natürlich auch zu der Entwicklung dazu gehört, dass man rejected wird, dass man auf Hindernisse stößt und so weiter. Voll, ja. Dass man eine Frau liebt, die einen nicht zurückliebt. So, sehr schrecklich. Und man kann nichts machen. Und dann musst du es halt aushalten oder so. Ja, das stimmt. Also gerade, ja, bei Kinderstars ist es natürlich auch so, dass viele Türen schon geöffnet sind und viel, ich kann es auch nicht zu 100 Prozent erklären. Aber auch bei denen, finde ich, da kann man auch so ein bisschen mal drauf schauen, die, die später abstürzen, das sind oft genau die, bei denen das nämlich eben komplett übertrieben wurde. Bei denen alles Mögliche ausgeschlachtet wurde, wo es dann vielleicht auch später Dokus gab und die nächste Disney-Serie gedreht wurde und so weiter. Ich nenne mal als positives Beispiel die Darsteller von Harry Potter. Die hatten ja auch einen riesigen Hype. Aber da wurde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in der EU gemacht wurde und nicht in dem Land der Freiheit Amerika. Aber da wurde viel mehr drauf geachtet, dass die eben parallel zur Schule gehen, dass die total geregelte Arbeitszeiten haben. Die Eltern waren auch super streng diesbezüglich. Und ja, da sieht man so ein bisschen den Unterschied, ob die Eltern eben mitmachen in dem System oder ob sie die Familie sind, wo das Kind runterkommen kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Aspekt. Bei den Darstellern von Harry Potter finde ich es total interessant, dass sich alle drei Hauptdarstellerinnen eigentlich so entwickelt haben wie ihre Rollen. Also quasi der Daniel Radcliffe macht so mutige Casting-Choices. Der Ron ist eher zurückgezogen und hat aber so Charity-Sachen. Und die Emma Watson ist auch so irgendwie mutig und feministisch smart und so weiter. Also entweder die wurden einfach super gut gecastet oder das ist auch so ein bisschen wie, es gibt auch so nominativer Determinismus, weißt du, dass man eher nach Georgia zieht, wenn man George heißt und sowas. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass die sich damit gut entwickeln. Ein Positivbeispiel ist auch, ich habe letztens ein Interview gesehen von, ich glaube, der heißt Stellan Skarsgård, das ist der Vater von Alexander Skarsgård. Der hat, glaube ich, sechs Söhne, sieben Söhne oder so, super viele Söhne, die auch zum großen Teil alle Schauspieler geworden sind. Und der Stellan Skarsgård war auch schon ein Kinderdarsteller und das wusste ich gar nicht. Und dann dachte ich mir, ach, dafür ist er aber auch ziemlich humble. Also der spielt jetzt zum Beispiel bei Dune Part 2 den Bösen, diesen, der so in so einem Fettsuit ist. Oder bei Flucht der Griebig 2 ist er, glaube ich, der Vater von Orlando Bloom quasi unter so ganz viel Korallen und so weiter. Also er spielt in ganz vielen großen Filmen mit. Und der war schon in irgendeiner schwedischen Serie als Kind berühmt, hat dann aber gemeint, dass seine Eltern dafür gesorgt haben, dass er auf dem Boden bleibt. Also dass sie immer gesagt haben, ja, das hat nichts mit dir zu tun, dein Erfolg, du musst trotzdem lernen und so weiter und so fort. Nur weil dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mädels toll finden oder ein paar Leute mit dir rumhängen wollen, heißt das gar nichts. Voll, genau das. Und was ich auch noch ergänzen würde an der Stelle ist, es wird ja auch so oft von Familienblogern gesagt, ja, aber guck mal, es gibt ja auch Kinderstars und Kinderschauspieler. Da gibt es aber noch eine weitere feine Nuance, nämlich dieses, du stellst nicht dich selbst die ganze Zeit dar. Also die Kinderschauspieler haben sozusagen das Privileg, okay, das ist meine Rolle. Und ob sie dann vielleicht später so werden, das könnte dann bei Harry Potter und so passiert sein, aber das ist meine Rolle. Und hier bin ich Harry Potter und hier privat bin ich Daniel Radcliffe. Und bei vielen Familienbloggern ist es ja so, ey, du, Daniel Radcliffe in dem Fall, du bist hier der Star des Kanals und es geht nur um dich. Und es gibt gar nicht diese Differenzierung von, das ist meine Persönlichkeit da draußen in der Welt und das bin ich privat, sondern ich bin privat draußen in der Welt. Das ist auch ähnlich und das, glaube ich, verwechseln manche Leute oder kriegen das irgendwie, ordnen das falsch ein. Merke ich, wenn wir in unserem Podcast von unserer Tochter erzählen oder von grundsätzlich Leuten in unserem privaten Umfeld, dann ist das, zumindest versuchen wir uns da Mühe zu geben, immer so anekdotisch. Weil wir sagen quasi, die Information kann ja mit einer fremden Person nur was machen, wenn die Mutter, über die wir reden, Platzhalter ist für jede Mutter. Oder der Schaffner, jeder denkt dann irgendwie, ich habe auch schon mal einen Schaffner gekannt, der so war, aber es geht nicht um diese eine Person. Und wenn wir quasi sagen, unsere Tochter mochte einen Käse, der heißt Wilder Bernd und dann hat sie irgendwo mal in einer großen Versammlung gesagt, ich stehe auf den Wilden Bernd und dann haben alle geschaut, weil die halt zwei ist, dann ist es halt einfach, ja, es ist halt ein kleines Mädchen, was sowas sagt und deswegen ist es witzig. Aber auch in dem Fall nicht irgendwie, ha, ha, schau mal, wie blöd die ist, weil ich meine, die kann sich immerhin artikulieren schon mit zwei und so weiter und so fort. Aber es geht eher darum, was die Leute damit machen und weniger, wie du sagst, so, ja, das ist jetzt die, keine Ahnung, Jessica in ihrer Jessica-Welt mit ihrem coolen Jessica-Vibe und so. Weißt du, man baut nicht irgendwie eine Welt um eine Person drum auf, was, glaube ich, immer ins Verderben führen muss. Ja, ja, voll. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch fragen soll zum Thema Kinder. Soll ich noch irgendwas erzählen? Ja, gerne. Was könnte ich da noch anbringen? Vielleicht nochmal so ein bisschen generell soziale Medien und Rechte. Ich finde das super wichtig, dass wir auch als Eltern lernen, dass Kinder eben Rechte haben und die auch online wirken. Also manche Rechte, Recht auf Unversehrtheit, Körperliche oder sowas ist halt so logisch. Recht auf Datenschutz und Recht auf Privatsphäre ist halt immer noch so, hm, ja, ich bin ja das Elternteil, ich kann das ja entscheiden. Nee, eben teilweise nicht. Also gerade wenn du dich als Elternteil entscheidest, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf Datenschutz seiner Kinder zu beschneiden, teilweise, dann musst du das halt mit ganz, ganz viel Vorsicht machen. Deswegen finde ich auch immer so diesen Vergleich schwierig, wenn wir jetzt zum Beispiel über Kinderbilder in auch Darknet-Foren und sowas reden und sagen ja Familienblogger auch oft sowas wie, ja, aber wir sind ja nicht das Problem. Das Problem sind ja die Leute, die komische Dinge mit den Fotos anstellen oder die diese Daten am Ende missbrauchen. Nicht ganz. Also man kann nicht 100 Prozent da die Täter-Opfer-Umkehr machen, weil klar, das Kind ist das Opfer und klar, die Eltern sind auch nicht die Täter. Ja, aber in dem ersten Schritt, wo du die Rechte von deinem Kind beschneidest und eben die Privatsphäre des Kindes auflöst, indem du das nämlich so über Monate, Jahre ausschlachtest, bist du sozusagen die Person, die ja die Informationen liefert. Also du bist nicht der Täter, so keine Frage, aber du bist auch nicht das Opfer, sondern das Opfer ist das Kind. Es ist ja tatsächlich auch medienrechtlich so, dass der Maßstab immer das ist, was du selber schon gezeigt hast. Also wenn du zum Beispiel deinen Garten die ganze Zeit zeigst und dann filmt irgendwann ein Paparazzo in deinen Garten rein und du zeigst ihn dann an und sagst, ja, das ist mein Privatgrundstück, ist es weit mehr, weit heikler, sag ich mal, oder unklarer, wie der Rechtsstreit ausgehen würde, wie wenn du jetzt wie zum Beispiel Stefan Raab oder so nie irgendwas von dir zeigen würdest. Exakt, deswegen sind ja auch so Leute wie Heidi Klum, jetzt nicht mehr, wo ihre Tochter da erwachsen ist, aber waren am Anfang total darauf bedacht, dass jeder, der Fotos von diesem Kind gemacht hat, abgemahnt wurde. Weil wenn du es einmal zulässt, ist tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, die Hürde viel höher medienrechtlich, dass es in der Zukunft nochmal verboten werden könnte. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, also wenn jetzt jemand gar nichts von seinem Privatleben zeigt, also ich finde irgendwie auch Privatleben ist ja auch immer so ein bisschen wie ein Social Proof. So, man zeigt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt einen 60-minütigen TED-Talk über die Wichtigkeit von, was weiß ich, Treue in der Ehe halten würde, dann würden die Leute ja meistens fragen, ja, ist er denn selber verheiratet? Wenn ich dann sage, ja, seit fünf Jahren und seit zehn Jahren in einer Beziehung und so weiter. Also nur als Beispiel, oder man würde jetzt nicht zu einem Zahnarzt gehen, der irgendwie keine Zähne mehr hat oder so. Oder auch bei Comedians ist es ja ganz oft so, dass das Setup, also nicht die Punchline, sondern das Setup von dem Joke ist quasi eine generalisierende Aussage. Also man sagt irgendwie, alle Kinder lieben Paw Patrol. Und wenn man halt selber Kinder hat, dann kann man das vielleicht besser einschätzen als nicht. Ja, ja. Und deswegen finde ich das, also ich finde es auch immer komisch, oder ich kann dir sagen, als jemand, der schon ein bisschen länger in der Medienbranche vielleicht rumgurkt, dass wenn Leute gar nichts über ihr Privatleben preisgeben, finde ich das auch immer irgendwie schräg. Oder es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die öffentlich hetero sind, aber eigentlich schwul oder die öffentlich im Schwabenland leben, aber eigentlich leben sie in Österreich oder so. Und das finde ich dann auch, das hat ja sowas von, man lügt die ganze Zeit beruflich und macht sich dadurch natürlich auch irgendwie angreifbar. Voll. Weil wir können am Ende des Tages in unserem Podcast immer sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich benutze jeden Tag LMAX und das finde ich super und dann kommt jemand und sagt, ja, das ist aber voll die scheiß Zahnpasta, dann kann ich halt immer sagen, ja, aber ich benutze es halt. Ja, die Mischung macht es und es kommt auch, glaube ich, sehr stark genau darauf an, was für einen Beruf du jetzt genau zum Beispiel in der Medienbranche ausübst. Also jemand, der Comedian ist, muss teilweise sicherlich auch viel mehr von seinem Privatleben preisgeben, als wenn du jetzt, keine Ahnung, die Tagesschau-Nachrichten einsprichst. Dann ist es ja auch irgendwie von Wert, dass du vielleicht wenig von deinem privaten Preis gibst. Generell bin ich trotzdem immer so der Meinung, lieber zu wenig als zu viel, weil alles, was einmal draußen ist, kann und wird gegen dich verwendet werden. Aber na klar, ich merke das ja auch total bei mir selbst, bei den Leuten, die ich so verfolge. Das gibt immer schon noch was Wertvolles dazu, wenn man die Person über das, was sie so sagt, hinaus auch ein bisschen einschätzen kann, weil, ja, das eben Menschen genau nahbar macht. Na klar, also ich versuche da auch für mich immer so die Mischung zu finden und manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, was ich preisgeben will. Aber klar, es braucht das auch. Du hast ja, also eins deiner größten Videos ist, wo du Gendersprache kritisierst. Und jetzt wurde ja Gendern in öffentlichen Einrichtungen und Schulen in Bayern verboten. Findest du das gut? Ich weiß es nicht, wie ich das finden soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du Söder-Fan? Ne. Das kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, das bin ich nicht. Boah, kennst du diese unsäglichen TikToks, die der aktuell macht oder Reels immer mit seinem... Ich schaue gar nichts, ich hasse das Internet. Ja, mit dem, wie viele Handel er schon auf dem Oktoberfest gegessen hat und so. Ja, muss nicht. Ja, Schweinehälften sind Woke Mist, das muss schon eine ganze Sau sein. Muss nicht, ja. Ich bin natürlich, da könnte ich jetzt ganz viel darüber ausführen, ich persönlich denke, dass Gendersprache langfristig scheitern wird. Aus diversen Gründen. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel einfach keine richtigen Regeln, wie man das flächendeckend durchsetzen kann. Für manche Fälle wie den Genitiv geht es einfach nicht. Zum Beispiel, ich sage immer wieder, das Buch des Schülers, das Buch der des Schülers in... Also das könnte man zum Beispiel nicht mit diesem System, was wir jetzt gerade haben, gendern. Und dann gibt es halt noch so andere Sachen wie Barrierefreiheit. Und woher kommt das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Was ist grammatisches Geschlecht? Und ist das überhaupt echtes Geschlecht? Weil ganz ehrlich, wir sagen ja auch der Tisch und haben nicht wirklich dann einen Gedanken dran, ob das männlich oder weiblich ist. Deswegen denke ich, dass es sich nicht durchsetzen kann. Und ich finde es auch teilweise problematisch, dass Institutionen es machen, ohne dass es gerade flächendeckende Regelungen dafür gibt. Bei Privatleuten sage ich immer, ey, ihr dürft sprechen, wie ihr wollt. Ich habe auch Leute in meinem persönlichen Freundeskreis, die gendern. Und ich sage, ey, wenn das dein Ding ist gerade und du möchtest das, dann darfst du dich so ausdrücken, wie du willst. Die Frage ist halt, können wir das in Universitäten verlangen oder können wir auf einmal als Behörde XY sagen, ja, wir setzen das jetzt einfach mal um und wir schreiben so und wir, uns ist es egal, dass die andere Behörde da, mit der wir kommunizieren, das nicht macht. Deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, dass man sagt, okay, offizielle Behörden sollten sich an offizielle Rechtschreibregeln halten, weil die können ja jetzt auch nicht irgendwie anfangen, in ihren Schreiben auf einmal, weiß ich nicht, Anglizismen wie fresh und cool und sowas zu benutzen. Die haben halt einfach eine Sprache, die sehr, sehr klar ist, damit man untereinander gut kommunizieren kann. Ja gut, die Behörden in Köln, die kriegen ja nichts mehr auf die Kette, keine Ahnung. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also hier ist einfach wilder Westen. Wenn ich morgens zur Edeka gehe, muss ich mir überlegen, wie viel Schuss noch im Colt sind und wie viel Geld ich im Hosensack habe. Also ja, bei mir ist es immer so ein bisschen, gerade bei so aufgeladenen Begriffen, ich meine, es ist halt eh immer alles so eine Frage, so eine Ermessenssache und mir ist das alles immer so ein bisschen egal. Also ich finde es immer interessant, wie sich Leute da so drüber echauffieren können. Ich glaube, ein Teil davon ist auch immer Veränderung, ist irgendwie erst mal, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, keine Ahnung, als man Delfin nicht mehr mit PH, sondern mit F geschrieben hat oder Schifffahrt mit 3F oder so. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, was? So, mein Delfin schreibt man jetzt mit F? Aber beim Videobeweis, beim Fußball so. Ich meine, in anderen Sportarten gibt es schon seit 30 Jahren, dass man sich halt ein Video anschaut. Ist ja auch irgendwie naheliegend, wenn eh alles gefilmt wird. Ob jetzt der Ball über der Linie war oder nicht. Und vor allem, wenn es dann irgendwie um 20 Millionen geht. Aber das ist ja ein furchtbar aufgeladenes Thema. Und ich glaube, da geht es ganz oft darum, dass Leute halt sich gerne an die Zeit erinnern, wo sie noch 16 waren und Träume hatten und das dann irgendwie zurück wollen und dann halt der Meinung sind, dass alles immer schlechter wird. Und da passt dann sowas ganz gut mit rein. Aber mir persönlich ist Gendern und Wokeness und Cancel Culture und was man jetzt sagen darf und was nicht und so. Also wir kriegen jetzt ja auch, wir haben eine gewisse Reichweite. Da sagen wir Sachen und dann kommen halt manchmal Leute und sagen, weißt du eigentlich, dass bla bla. Ich sage irgendwie, ja, ich habe einen Hamster im Laufrast gesehen. Weißt du eigentlich, dass man bei Hamstern in den Laufrädern darauf achten muss, dass die Laufräder groß sind, weil sonst hat es negative Auswirkungen auf die Wirbelsäule des Hamsters. Und dann sage ich, ja, nee, wusste ich nicht. Und dann kommt noch meistens sowas wie, ich bin Vorsitzender vom Deutschen Verein für Hamster und ich bin da Experte. Und dann denke ich mir halt, ja gut, dann weiß ich das jetzt und dann mache ich das jetzt vielleicht ein bisschen anders oder werde das irgendwie in meinen Content integrieren oder so. Oder ich ignoriere es auch. Aber ich habe da nicht so einen Anspruch an irgendwie, alle Leute müssen jetzt irgendwas machen, nur weil ich das mache oder ich muss was machen, nur weil es alle Leute machen oder so. Da würde ich aber behaupten, bist du für manche Leute schon ein dickes Teil des Problems, weil viele Leute ja sagen, zum Beispiel Gendersprache darf dir nicht egal sein, weil das ist jetzt die Sprache, die weniger diskriminiert. Es gibt auch viele Leute, die würden dann sagen, ja, das sagst du nur, weil du ein weißer Mann bist und so wärst du jetzt eine schwarze Frau, würdest du das ganz anders sehen. Kann ja auch sein, keine Ahnung. Ich bin, also ich kann halt nur ich sein. Wenn ich jemand anders wäre, dann wäre ich tot. Also dann eine andere Person mit meinem Gehirn wäre nicht ich irgendwie so. Deshalb, ja. Ja, also ich würde dir zustimmen, es darf dir egal sein. Also nur um das nochmal klarzustellen, keine Frage. Es gibt halt... Also natürlich nicht komplett, ich verstehe schon die Gedanken und ich verstehe, dass es manchen Leuten wichtig ist und so weiter. Und du weißt ja selber, wenn einen Dinge betreffen oder so, dann ändert man vielleicht auch mal seine Meinung dazu und so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Welt irgendwie grundsätzlich am Ende des Tages besser wird, wenn man gendert oder wenn man sich über das Gendern aufregt, keine Ahnung. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch, am Ende ist es sogar eine sehr gesunde Einstellung, zu sagen, mir ist es in dem Moment egal. Ich glaube, das Problem ist, viele Leute, vielen Leuten ist es irgendwann nicht mehr egal, wenn sie in der einen oder anderen Weise davon betroffen sind. Und damit meine ich jetzt mal, um zum Beispiel Gendergegner zu nennen, wenn eben wirklich von der Universität verlangt wird, ja, die Bachelorarbeit muss jetzt gegendert werden, sonst gibt es einen Punktabzug. Und da fängt dann, glaube ich, dieser Unmut an. Am Ende des Tages, ja, ich glaube, wenn man ein okayes Leben hat und ansonsten nicht viel damit betroffen ist, natürlich kann es einem dann in Teilen egal sein. Ich meine, du bist ja gelernte Physikerin. Nicht bis zu 100 Prozent ausgelernt. Ah, hast du keinen Bachelor? Nein, nein, ich habe keinen Bachelor gemacht. Ich habe einen Bachelor dann später in Medienkommunikation gemacht. Und im Vergleich zu zum Beispiel logischer Schreibweise oder mathematischer Schreibweise, die ja auch schon fehlerhaft ist, ist ja Sprache eh einfach Kraut und Rüben. Ja. Es gab ja mal, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, aber ich habe Mathematik studiert und es gab ja in den Zwanzigern, glaube ich, in Frankreich, die Idee, diese Vereinigung hieß Nicolas Bourbaki, so, wir nehmen jetzt die gesamte Mathematik der Welt und führen sie mal auf einen richtig soliden Sockel und quasi strukturieren jetzt einfach mal alles Wissen, was wir haben, bombenfest. So. Und es gab halt bis zu dem Zeitpunkt unterschiedliche Schreibweisen für die Null, zum Beispiel auch unterschiedliche Konzepte von der Null. Ist das wirklich nichts oder ist es eine Infinitesimalzahl, die unendlich klein ist und so weiter und so fort? Oder ist das vielleicht wie bei einem Ziffernblatt, dass man halt irgendwie bei zwölf ist man wieder bei der Null und so, es gab irgendwie so ganz verschiedene Ideen. Man hat gesagt, wir vereinheitlichen das jetzt mal alle und machen das ganz streng richtig, sodass ich die ganze Welt dran halten kann. Mega interessant. Nicolas Bourbaki, auch super so, das war so eine Vereinigung, wo irgendwie, glaube ich, man jünger als 30 sein musste, sie waren irgendwie so mega streng, auch von ihren Regeln her und so. Und die sind gescheitert. Also das hat nicht funktioniert. Weil selbst bei Mathematik und selbst bei, das ist ja nicht nur, das ist sogar noch der strengere Teil von Mathematik. Also es ist nicht Analysis, sondern es ist quasi so, ich glaube, spezielle Mathematik, also nicht angewandte Mathematik, sondern spezielle Mathematik. Selbst das funktioniert schon nicht. Selbst logische Schreibweise funktioniert nicht. Und wenn man jetzt bei mathematischer Beweisführung anfängt, schon allein, wenn man irgendwas sagt, muss man ja am Anfang immer sagen, wenn ich irgendwie, also es ist ja dieses, sei Epsilon größer Null, wenn ich Epsilon schreibe, dann meine ich das und das und so weiter. Und bei Sprache, keine Ahnung. Klar, also definitiv. Am Ende ist es natürlich immer so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, Kraut und Rüben. Und das Coole, beziehungsweise Witzige ist ja auch, in 500 Jahren wird es eh wieder egal sein. Und dann gibt es ganz andere Regelungen und so weiter und so fort. Um nochmal einmal aufs Gendern zurückzukommen, warum es, glaube ich, trotzdem so eine Abneigung gibt im Vergleich zu anderen Sprachveränderungen, ist dieses Kraut und Rüben. Das ist normalerweise etwas, was sich so langsam etabliert und durch alle Gesellschaftsschichten durchtrieft, gerade in den jungen Generationen und dann auch teilweise die Älteren übernehmen und dann geht es an die nächste Generation weiter. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann als Kind gesagt, geil oder cool. Und da hat meine Mutter noch gesagt, ey, das sagt man nicht. Geil, das ist nicht. Und heutzutage ist das total etabliert, weil sich das einfach eine lange Zeit... Geiles vulgär. Ja, genau. Ja, das war wirklich so. Das war, glaube ich, im sexuellen Kontext oder so genutzt. Und Geiles ist geil hat das geändert wohl. Ja? Ja, kann zum Beispiel sein, ja. Oder heutzutage sagen die Kinder fresh und sowas. Also das kommt ganz langsam und kommt überall. Egal, wo du in Deutschland guckst, das ist so einfach ein Phänomen. Sprache wird auch teilweise einfacher. Weil eben, das sehen wir auch total an den Anglizismen, es vereinfacht sich alles. Der Genitiv fällt so immer weiter weg. Der Dativ ist dem Genitiv sind tot und so. Und Gendern ist halt so eine Sprachentwicklung, die es eigentlich komplizierter erst mal macht. Das kommt halt auch von Leuten, muss man einfach sagen, die an Universitäten sind, die sich denken, ja, das könnte eine Lösung sein. Und wir machen jetzt diese Sprachveränderung, weil dann könnte es eventuell etwas bewirken in der Gesellschaft. Und das ist halt so was, was so, glaube ich, fernab von der Realität von vielen Leuten ist, dass es sich auch deswegen nicht durchsetzt. Und dass halt auch viele Leute so sagen, ja, Moment mal, aber meine Sprache, das ist doch was ganz Individuelles. Individuelles und niemand verändert die eigene Sprache bewusst. Also die meisten Leute verändern ihre eigene Sprache sehr, sehr unbewusst dadurch, dass sie eben, keine Ahnung, wie gesagt, viele Leute im Umfeld haben, die eben ähnlich sprechen. Und ich glaube, deswegen klappt das mit dem Dendern unter anderem nicht. Und deswegen regen sich auch so viele Leute drüber auf, weil es eben schwieriger ist, weil es ganz bewusst ein Eingriff in die Sprache ist. Aber vielleicht, das sage ich auch immer wieder, dadurch, dass manche Leute jetzt aktivistisch gendern, vielleicht werden wir dann irgendwie unterbewusst langsam andere Worte etablieren. Ich sehe das zum Beispiel total so bei, man sagt ja jetzt zum Beispiel, statt Arbeiter sagen ja viele Leute Arbeitende und statt Studierende. Das ist natürlich auch grammatisch nicht 100% korrekt, weil das ja das Partizip ist. Also ich sage da immer als Beispiel so, der Redner ist ja eigentlich nicht der Redende, weil der Redende sitzt im Publikum und hört nicht zu. Aber ich glaube zum Beispiel, das könnte sich durchsetzen, weil das ist einfach, das macht keine großen Umstände und eigentlich vereinfacht das sogar nochmal die Sprache, weil das Partizip ist ja auch gleichzeitig irgendwie das, was die Leute beschreibt, die da arbeiten. Also ich kenne mich da glaube ich einfach zu wenig mit den linguistischen Begriffen aus. Ich dachte, was labert die? Ist auch egal, aber was ich damit sagen will, ich glaube da, wo das Gendern so einfach gestaltet wird, wie wir sagen jetzt einmal Forschende, ich glaube zum Beispiel sowas könnte sich in 50 Jahren und so weiter etabliert haben. Ich glaube aber diese Verkomplizierung mit dem Glottesschlag und immer beide Artikel nennen, der, die, Schüler, in, das wird sich alleine dadurch, dass es schwieriger ist, nicht durchsetzen. Ich meine Leute, die pro-Gendern sind oder die das irgendwie richtig toll finden aus irgendeinem Grund, die würden wahrscheinlich sagen, aber man muss halt irgendwie mal vorpreschen, um Veränderungen zu erwirken oder zu erzwingen, oder? Das ist halt die Frage. Ich muss extra gründlich meinen Müll trennen, weil es andere nicht machen. Klar, das kannst du aktivistisch definitiv tun. Voll, bin ich auch voll dabei. Ich finde das auch gut, dass es einfach diese Entwicklung vielleicht auch gab. Die Frage ist halt, wie gesagt, muss man es für alle verpflichtend machen? Und wenn man es für Leute verpflichtend macht, in Universitäten oder weil jetzt zum Beispiel Öffentlich-Rechtliches vorgeben, dann muss man sich halt doch mal fragen, okay, wie viel Sinn macht das eigentlich? Und dann auch, wie gesagt, auch mal auf die Wissenschaftlichkeit eingehen. Das ist halt auch noch so total schwammig. Dafür gibt es auch, also es wird zwar immer so angeführt, ja, diese eine Studie mit den Kindern, die dann sich besser vorstellen konnten, einen Beruf zu bekommen werden, wenn der weiblich gegendert war und sowas alles. Aber das ist halt tatsächlich überhaupt nicht evidenzbasiert. Also es gibt auch Studien, die das Gegenteil zeigen. Und man weiß noch gar nicht, hat Sprache wirklich so viel Einfluss? Dementsprechend aktivistisch, wenn du das machen möchtest für dich privat, zu 100 Prozent bin ich voll dabei, man kann machen, was man will. Aber es ist halt immer die Frage, ob man es... Ich rede privat gar nicht eigentlich. Das ist die beste Lösung, einfach gar nicht reden mit Leuten. An dieser Stelle muss ich das Video leider unterbrechen, um euch mitzuteilen, dass Alicias Kamera ausgegangen ist. Da wir das Video aber trotzdem in voller Länge hochladen möchten, werde ich Alicias Stimme über ein Bild von ihr legen, wo sie über was ganz anderes redet. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn die Lippen überhaupt nicht dazu passen, was gesagt wird. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Grüße aus dem Schnitt und der Talk geht jetzt weiter. In welchem Zyklus willst du weiterhin produzieren? Ich merke gerade, dass es mir so ein bisschen über den Kopf wächst. Ich bin gerade noch an so einem etwas aufwendigeren Video dran. Und ich produziere aktuell so, keine Ahnung, alle zwei Wochen ein Video ungefähr. Boah, aber sowas wie das jetzt mit dem CDF-Magazin Royale alle zwei Wochen, das geht nicht, oder? Ja, das braucht länger. Also das habe ich ja auch nach meiner kleinen Weihnachtspause sozusagen gemacht. Und das hat auch deutlich länger gebraucht. Ich kann schon mal sagen, ich mache gerade so etwas Ähnliches zum Thema rechte Influencer. Also nennen wir sie nicht rechts, nennen wir sie extrem rechtskonservativ und anti-woke und teilweise auch in Richtung Verschwörung. Das dauert halt auch lange. Ich glaube... Freigeister. Naja, Freigeister, weiß ich nicht. Die, die sich nicht über einen Kamm scheren lassen. Und am Ende aber doch schön irgendwie alle dann aber über den gleichen Kamm reden. Naja, ich weiß nicht. Den gleichen Kamm benutzen. Ja. Sowas braucht halt Zeit. Für den Seitenscheißel. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich wünsche mir eigentlich wieder häufiger zu produzieren und dafür muss man, glaube ich, auch einfach manchmal Themen wieder kleinteiliger betrachten und kleinere Abgrenzungen und vielleicht mal wirklich nur über ein bestimmtes Thema und Influencer XY und den Post von dem und dem. Ja, mal gucken. Ich hoffe so alle ein bis zwei Wochen und wer weiß, vielleicht auch irgendwann mal in anderen Formaten. Also das ist offen. Ja, aber ich muss gerade ehrlich sagen, also ich finde es total geil, was du machst und ich würde das mega gerne auch selber machen. Aber es ist einfach so scheiße viel Arbeit, dass ich... Also ich habe dein Video über Jan Bimbermann gesehen und ich fand es wirklich auch cool, weil es halt ausgewogen war. Es war halt nicht dann irgendwie am Schluss so, ja, der ganze Woke Mist geht mir auf den Sack oder so, sondern es war halt wirklich eine Kritik, die ich schon auch sehe. Also auch so dieses... manche Personen in dem ZDF-Magazin Royale gelten halt irgendwie so als cool in Anführungsstrichen und manche dann aus irgendeinem Grund als uncool und auf denen wird dann einfach rumgehackt und dann heißt es halt irgendwie, keine Ahnung, über... Also jetzt nur als Beispiel irgendwie Maschmeyer, der wird dann kurz eingeblendet und dann heißt es irgendwie, hey, ihr Furzgesicht und dann kommt, geht er wieder weg und so weiter und man denkt so, warum wird denn der jetzt einfach noch so in der Strecke unter den Bus geworfen? Und so dieses Thema Framing finde ich schon auch sehr, sehr wichtig, dass darüber geredet wird. Also in welchem... Wie leicht ist es, das hast du ja auch schön gezeigt in dem Video, in dem Contact-Text einfach zehn Leute in einer Reihe zu zeigen und zu sagen, ja, die sind irgendwie alle so und so und dann nächstes Thema und dann ist deren Karriere oder Leben halt unter Umständen zerstört. Ich weiß gar nicht genau, was wollte ich jetzt hinaus? Wo habe ich denn angefangen? Ja, dass es grundsätzlich spannend ist, aber viel Arbeit. Ja, genau. Aber by the way, freut mich sehr, dass du das auch erkennst. Weil ich habe manchmal so ein bisschen Sorge bei so Themen. Generell, ich habe schon wie... Also während ich dieses Magazin-Royal-Video hochgeladen habe, habe ich schon gedacht, ah, könnte man das jetzt wieder interpretieren im Sinne von ich versuche da nur irgendwie mir Sachen rauszupicken, weil das will ich auch gar nicht und ich glaube, ganz transparent, am Ende könnte man auch diese Kritik wieder auf mich selbst anwenden. Ich versuche natürlich, das zu vermeiden, aber... Du kannst jede Story über alles erzählen mittlerweile. Ja, genau, genau. Ja. Ich meine, haben wir auch, also es gibt ja natürlich auch zu Hazel und mir alle möglichen Theorien und es gibt zum Glück noch nicht solche Videos in der Intensität, aber du könntest jede Geschichte über uns erzählen, also von wegen Hazel unterdrückt mich oder ich unterdrücke Hazel oder was weiß ich. Hazel ist eigentlich lesbisch und ich halte sie zurück oder keine Ahnung was. Ja. Ich züchte meine Tochter als Kamerafrau heran, weil es dann eine billige Arbeitskraft ist oder... Also du kannst... Ich bin manchmal wirklich überrascht, wie wahnsinnig negativ Leute Sachen aufnehmen, die einfach mit einer gewissen Neutralität oder vielleicht sogar positiv vorgetragen wurden, aber dass jemand eben sich das so genau anschaut und so ausgewogen und natürlich sehe ich auch, dass... Also ich verfolge zum Beispiel in den USA ganz oft so Meinungsblogger oder Influencer, die so quasi so zentristisch sind oder sagen, wir sind die andere Meinung, wir sind weder links noch rechts und so und da gibt es halt immer diesen Drall, dass sie dann irgendwann halt doch konservativ sind und deswegen sehe ich diese Gefahr schon auch. Ja. Also Jordan Petersen bestes Beispiel, ja. Früher war der wirklich cool und ausgewogen und so und mittlerweile teilt er dann halt eben ein Foto von einer übergewichtigen Frau und sagt irgendwie einfach nur hässlich. Man denkt so, ja, also ich verstehe die ganze Kritik an ja, übergewichtig sein ist nicht gesund, Fettshaming hin oder her und so weiter, also man kennt es ja mittlerweile alles, aber dass sich dann halt Leute so vereinnehmen lassen oder in diesen, also in den USA wärst du ein ganz typischer Kandidat für einen Joe Rogan Podcast Auftritt. Ja. So die dritte Meinung. Voll. Ich muss auch sagen, dass ich selber das total merke und ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr slippery slope in diese Richtung. Also ich persönlich versuche halt wirklich alle Meinungen zu sehen und wie gesagt, das passiert auch durch sowas, dass ich jetzt dann zum Beispiel im nächsten Video was gegen rechts mache und so, aber man wird natürlich auch schnell, wenn man in manchen Punkten mit konservativen Ansichten übereinstimmt, nicht unbedingt, weil man konservativ ist, sondern weil man einfach durch die Art und Weise, wie man selbst das Thema geprüft hat, zum gleichen Schluss kommt, dann wird man halt auch schnell in so eine Ecke gepusht. Also ich kann dir auch garantieren, dass wenn jetzt dieser Podcast rauskommen wird, dass Leute sagen werden, ey, aber Alicia Joe, ist die nicht problematisch? Die hat mal was gegen Vogue gemacht. Oft glaube ich, das sind Leute, die wirklich die Videos nicht angucken, weil genau das, was du eben gesagt hast, versuche ich eigentlich auch immer einen sehr versöhnlichen Ton anzuschlagen am Ende, aber es kommt eben trotzdem dazu, dass man auch in diese Richtung gepusht wird. Ich habe genau am Ende des Böhmermann-Videos ja auch ein bisschen dieses Phänomen beleuchtet, rechts die Leute und da rede ich jetzt einfach mal so ganz politisch rechts, die sind halt wie so ein Trichter, die nehmen alle, die sie kriegen können. Ich habe die Befürchtung, genau, genau und linke Leute versuchen sehr stark sich abzugrenzen und immer zu sagen, ich bin noch erwachter und ich bin noch linker und ich weiß es noch viel besser und dadurch entsteht halt meiner Ansicht nach dieser Sog nach rechts und dadurch könnte ich mir auch vorstellen, dass so Leute wie Peterson dann auf einmal, man denkt so, ach der ist ja irgendwie ganz spaced und dann auf einmal kommt der um die Ecke mit, ja ich esse jetzt nur noch rohes Fleisch und ich habe jetzt auch zu Gott gefunden und ja die Person, die ist übergewichtig und das ist schlecht und bäh oder was du gerade gesagt hast und da muss man echt auffassen, glaube ich, dass man diese Slippery Slope nicht runterrutscht. oder ich meine Candace Owens fand ich eine Zeit lang auch mal ganz spannend, weil sie so die erste war, die gesagt hat, nur weil ich schwarz bin, muss ich nicht Hillary Clinton wählen. Und auch da ist es so, ich verfolge die auch. Und mittlerweile ist es halt nur noch irgendwie, ja, Climate Change ist irgendwie ein Hoax und bla, also es ist einfach so indiskutabel geworden, was die macht oder so klar abseitig, dass es dann für mich halt leider auch komplett langweilig wird, weil es ja auch dann jegliche Sprengkraft verliert irgendwann. Voll, ja, es wird, es wird vorhersehbar und ja. Aber das ist, das kann es vielleicht besser ausdrücken, weil du jetzt gerade dieses schöne Bild hattest. Ich glaube, was ich bei Böhmermann oder grundsätzlich auch so bei der Twitter-Bubble, wie man es jetzt auch nennen will, schade finde, ist, dass man sich versteift darauf zu zeigen, dass linke Galleonsfiguren gar nicht so links sind. Also man zeigt dann, man sagt dann irgendwie, schau mal, Sascha Lobo ist gar nicht so links. Schau mal, Finn Kliemann ist gar nicht so links. Schau mal, Elon Musk ihr dachtet alle, der Tesla wäre die Lösung, aber er ist gar nicht so toll und so weiter. Und das hat natürlich immer, das knallt natürlich so. Dann trennet mal kurz der Name und dann muss die Person, dann verliert ihr irgendwie ein paar Werbepartner und muss sich irgendwie erklären und dann erklärt sie sich auch noch schlecht und dann macht es sich nur noch schlimmer und so weiter und so fort. Aber man denkt halt so auf lange Sicht, ja, also was bringt denn das? Ja, voll. Also ist jetzt wirklich Sascha Lobo das Problem? Ich finde ihn nicht so schlimm. Also so keine Ahnung. Überhaupt nicht, ja. Zwei, drei Sachen hat, die vielleicht irgendwie, zu denen man halt eine andere Meinung haben kann oder was. Aber das ist natürlich, ich meine, ich habe den erst letztens getroffen, mit dem kann man wunderbar diskutieren. Der liest sau viel, auch sehr schnell, redet sehr gut und so weiter. und natürlich kann man dann sagen, ich bin irgendwie in dem und dem Punkt einer anderen Meinung, aber jetzt zu sagen, der ist irgendwie Teil des Problems oder so? Nee. Ja, ich finde, es ist immer wichtig, Meinungen, die innerhalb des demokratischen Spektrums sind. Ich finde, da sollte man, also natürlich ist es immer einfach, jemanden dann zu enttarnen und so, aber genau das ist eben, das Problem ist, es ist einfach und es ist am Ende nicht wirklich zielführend. Ich würde sogar behaupten, im Gegenteil. Weil man treibt eine Sau durchs Dorf und eigentlich machen dann alle wieder genauso weiter wie vorher. Genau und dementsprechend, ja, man könnte sich auf so viele andere Themen, glaube ich, versteifen, die ja nicht dieses Sau durchs Dorf treiben sind, weil es wird auch oft so an Einzelpersonen aufgehangen und ist dann, finde ich persönlich, fast wie so ein Ablasshandel im Sinne von, wir haben jetzt hier über diese Person geredet und die ist richtig kritisch und ihr findet die jetzt alle scheiße und damit könnt ihr jetzt ruhigen Gewissens ins Bett gehen, weil ihr wisst ja, so läuft der Hase. Aber diese ganz großen Probleme werden dadurch irgendwie nicht gelöst. Aber man hat so das Gefühl im Sinne von, ja, also diese Person hier, Finn Kliemann, der ist ja das Problem und wenn ich mit dem Finger auf den zeige, dann habe ich sozusagen meinen Soll erfüllt. Aber in Wirklichkeit ist es ja überhaupt nicht so. Es ist ja viel komplexer in der Gesellschaft, in der wir leben. Finn Kliemann ist nicht daran schuld, dass das mit dem Klimawandel irgendwie nicht funktioniert, weil er jetzt die Masken-Deals gemacht hat. Also klar, das kann man aufzeigen und sagen, ey, scheiße, aber es sind so viel größere Strukturen, die bedrohlich sind, zum Beispiel im Klimawandel-Thema, ja, dass es eigentlich fast nur ablenkt, wenn man so viel auf Einzelpersonen eingeht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass du manchen Einzelpersonen richtig gut Konter gibst, auch so Michelle Abdullahi und so. Ich mag es immer, wenn Leute, die sich ihrer Sache ein bisschen zu sicher sind, wenn da jemand auch mal dagegen hält. Also da hast du wirklich meinen vollen Respekt und ich mag deine Videos und ich weiß, dass du bei sehr vielen Leuten, zumindest die ich kenne, einen sehr guten Ruf genießt. Da bin ich ja froh. Das erinnert mich sehr. Ja, wünsch dir noch für die Zukunft alles Gute. Danke. Ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Ah, cool. Und bin richtig gespannt auf das Ergebnis. Das war jetzt einfach nur so eine Floskel. Danke, Alicia. Mach's gut. Top. Gott, unangenehm. Ja, ich kann da noch nicht mehr denken.